Hinter den Nebeln der Themse, wo mysteriöse Geheimnisse im Verborgenen liegen, werden zwei Kommissare von ihrer Vergangenheit eingeholt. Wer auch immer der neue Wichser ist, er meint es verdammt ernst. Er hat am Friedhof bereits sieben Säge vorbestellt, alle für morgen. Und wer ist die kleine Nutte hier? Sir John, das ist Miss Victoria Dickham. Was, die Victoria Dickham? Die kenn ich gar nicht. Scotland Yard, ich bin Chief Inspector Even Longer. Oh, äh, verzeihung, ich würde dich wohl mal ganz kurz... Haben Sie eine präzise Vorstellung von dem, was Sie da unten zu finden haben? No, Dickham. So was wie den hätten wir früher weggesperrt. Ja. Ich bin mit meiner Geduld am Ende. Nehmann, sitze ich bitte. Ich habe kein Verständnis für Ihre Nazi-Methoden. Wolle Rose kaufen? Was hat denn die alte Kröte? Ist sie blöd oder was? Sie ist hauptstum. Kein Grund, meine Frage nicht zu beantworten. Okay Mädels, ich möchte wirklich keine Frauen schlagen. Ich bin mit der Kröte. So was kann man Menschen verletzen? Ihnen fehlt das nötige Selbstvertrauen. Sie müssen einfach nur an sich selbst glauben. Dann können Sie die ganze Welt erobern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017